Und da sind wir wieder mit vernebeltem Blick hier in der Omega-Wildraumstation und ich will nicht lange rumpimmeln. Ich will einfach nur heilen, würde ich nur nehmen, weil meine Sicht ist so blurry. Das ist der einzige Grund, warum ich hier immer heilen möchte und mich mit der WoW verbinden möchte, sonst würde ich das echt auch lassen. Weil die WoW ein blödes Arschloch ist. Ah ja, hier. Hi Catherine. Ach, nix. Ganz genau. Alright, let's go get it. Let's go get it. Alright, Phi is up and running. Phi is up and running. Was haben wir hier? Standortkarte. Bam. Wir sind hier. Wir müssen im Lager blinken. Dann ist wahrscheinlich irgendwie die Arche angekommen. Hier lang. E-K-L-E-K-L-E-K-L-E-S-T-O-M. Da sind wir wahrscheinlich reingekommen. Nehm ich mal an. Okay. Okay, wir werden zurück. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before aggression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Cool. Tunnel transport. Da ist die Fracht. Er fordert man nur eine Entladung. Ja, ja. Alles klar. Log aufrufen. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Nach zehn Jahren einem und freien Betrieb wird die Omega-Weltraumkanone abgeschaltet. Es bedurft ihr auch in einer Apokalypse entlassen zu werden. Alles klar. Okay. Okay. Ähm. Did you find out what happened to the ARC team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the ARC back to town. Hope everything's okay if the space comes. Yeah. I doubt I'll be able to repair one of the ARCs. Okay. Okay. Also nochmal. Da ist der Launch-Dome. Hier muss die ARC irgendwo sein. Oh. Das sieht ja gut aus, wie du klärst. Sieht man, dass irgendwas mit deinem ARC passiert? Kann das sein? Ist das richtig? Das ist auch den anderen Arm nehmen können jetzt, oder? Sounds like a riddle. Das ist. Ich bin in meinem Bett heute, 100 Jahre alt. Wer bin ich? Wer bin ich? Äh, wo ist das? Ja, Mr. Mann. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the ARC won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the ARC being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then pushed through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stab all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project. My ARC. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the ARC. I'm taking it. No, you're not. I'm not going to let you ruin this. Stop it. Guys, calm down. Get away from me. No. What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh, God. Catherine. Catherine wurde get killed. It's you. You had an accident. What are you... Oh. You mean Catherine. Don't worry. It's better this way. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell. A bullet ready to be loaded. That's great. All repaired for the ARC. Right. I'll go pick it up. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching it. But it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. That's the news, ne? Huh? How did they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Mom, don't do this to yourself. I see. Good job, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. Hat das jetzt keine Probleme? Ja... Ab zum Launch-Dome. Äh, muss ich hier mitnehmen? Was soll ich tun? Was soll ich hier mitnehmen? Es ist verrückt, zu denken, wo ich bin. Nicht nur das ist die Zukunft, sondern es ist in der Mitte der Welt. Ich weiß nichts von diesem Zeitpunkt, oder wie der Welt aussieht. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß nicht. Vor der Komet, glaube ich, es war okay. Ja, besser nicht überstehen. Ich könnte mich über die Arche verändern. Hast du wirklich gesehen, dass ich die Arche über die Arche erzähle? Ich hatte einen schnellen Moment auf die Arche zu helfen. Was? Wie? Warum? Ich habe ihn von Torturieren und die Humanität. Okay, lass uns einfach zurückkommen. Was sollst du, wenn du in der Arche bist? Was ist die erste Sache? Die Arche ist sicher. Stabilisieren die Fluchtfläche. Aktivieren die Solar-Panels. Was sollst du die erste Menschen machen? Oh. Was muss ich noch tun? Was muss ich noch tun? Wieso kann ich das nicht abmachen? What did I miss? Und ich dachte, ich kann jetzt schön den Abspann genießen. Stattdessen habe ich Treppenrohne runter. Reitern. Mit einem Arm. Dauert doppelt so lange. Möchte ich das nur zumachen jetzt oder was? Habe ich das vergessen? Ne, hier kann ich nichts mehr machen. Die Arche ist in der Kuppel. Okay. Hier mal drücken. Ah, warte. Ah, ah. Ah, ah. Muss ich das mit einem... Okay, okay, okay. Habe ich das denn benutzt? Äh. Äh. Where did I use it? Oben, ne? Shit. Ne, hier. Da kam es her. Ist das alles verwirrend. Oh, hier geht's. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head on to the gun. Eppische Musik. Now what? Now we just need to get the shell onto the gun and then, kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Okay. Sounds like fun. Okay. 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 Wir reiten jetzt auf einer Rakete Richtung Weltraum. Sag ich jetzt einfach mal so. Theatralisch. Aber vorher werden wir noch von diesem Baofisch-Arkete. Vielleicht noch von diversen anderen Kreaturen. Wer weiß. As asking. So are you, mir das mit dem da ist. Setze sich immer öffnen wir und gleich, bitte. Theatralisch. Theatralisch. Okay. Dieatralisch. Es dauern nos. Okay, looks sick. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. There we go. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our mines to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just hit the button and we're off. What are you waiting for? Just hit the button when you're done. Well, hit the button when you're done. We're going to get into it. 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 You're going to get into it? I'm completely okay. Just thinking about what we're doing. Ditching Earth. It's pretty overwhelming. I'm going to get into it, isn't it? Let's hope so. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't let you do it. It's an amazing thing you did. I want you to know I appreciate it. That's going to be really hard. You're gonna be kidding me. Five. Four. Three. Two. Yes. Fuck yeah, we made it. Fuck. Woo. Wir sind hier. Wir sind hier. Kathrin? Kathrin? Ich bin hier. Was ist passiert? Was ist passiert? Nichts. Sie sind da, in den Starrern. Wir sind hier. Nein. Wir sind auf die Arche. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Dann warum sind wir noch hier? Simon, ich kann nicht sagen, wie es funktioniert. Das ist eine Kopie. Du kennst, warum wir hier sind. Du warst auf die Arche. Du warst auf die Arche. Du hast nur die Koytas. Wir haben beide gemacht. Wie Simon und Omerhawn. Wie der Mann, der in Toronto 100 Jahre alt war. Das ist bullshit. Wir kamen all diesen Weg. Wir haben die Arche. Ich weiß, dass es funktioniert. Aber unsere Kopie sind da. Kathrin und Simon sind sicher auf der Arche. Wir sind glücklich für sie. Sie sind verrückt. Wir werden hier sterben. Wir werden hier sterben. Wir werden hier sterben, mit diesen Bögen auf einem Spaceship. Sie sind nicht wir. Sie sind nicht wir. Sie sind nicht wir. Ich bin sorry, dass du so fühlst. Simon. Ich bin stolz. Was destroyed. Da bleibst du in kommst. Ich bin C jabbert, oder? Ich bin stolz. Töneril sair du von dericanthitsk Senateацию. Wir sind auf der Arche, du umas der Arche. Ich traf ich nicht! Ich kann nicht auf друг an Ihren Zeichen. A frictional games production. ZOMA Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Cooles Spiel. Phasenweise extrem unangenehm. Aber was erwartet man von so einem Psycho-Horror-Spiel? Das sollte ja auch kein Ponyhof, kein Kindergeburtstag und auch keine Pärchens-Modfahrt sein. Sondern es sollte unangenehm sein und nervenaufreibend. Das war's für mich vor allem in den Parts, unten auf dem Meeresboden. Spätestens als wir dann in vier Kilometern Tiefe waren. Und die Ansätze, die Gedankengänge, die wir hier anstoßen. Was ist Leben? Wer ist man? Ist man der Körper? Ist man der Geist? Ist man die Seele? Ist man alles drei? Sind schon sehr interessant auf jeden Fall. In so einem Setting natürlich... Kann man nicht schön über sowas philosophieren. Aber... Man kann trotzdem... Über solche Sachen nachdenken. Nicht wahr? Was mich jetzt noch persönlich interessiert hätte... Was wäre gewesen, hätte ich meine Hand nicht... ...in die Wow gesteckt? Sondern wäre einfach irgendwie vorbeige... ...in Richtung dieser Türe. Hätte es dann einen großen Unterschied gemacht? Weiß man nicht. An extra special thanks to our nearest and dearest for supporting us throughout. Danke auch. Danke auch, liebe Entwickler. Für dieses bildgewaltige Spiel. Kriegen wir noch ein paar Outtakes oder so? Noch ein Dumpscare. Ich wusste es. Lohnt sich dran zu bleiben. Das sieht aber nicht schön aus hier. Wieso wach ich denn in irgendeiner fucking Tropfsteinhöhle auf? Da kriegt man doch direkt Angst. So, ne? Okay, doch. So ist ganz schön. Das ist also der Simon, der auf der Arche ist. In einem schönen Wald. Mit schönen Lichteffekten. Schöner, wahrscheinlich copyrightgeclaimter Musik. Wofür ich einen Strike kriegen werde von YouTube. Aber da kann Simon ja nichts für. Sondern Catherine, die das alles hier programmiert hat. Und wenn sie schon so eine Welt erschafft, dann könnte sie wenigstens schemafreie Musik im Hintergrund laufen lassen. Häuser. Gibt es Menschen? Und wenn ja, werden sie mich akzeptieren oder... werde ich wie ein Virus behandelt werden? Als Außenseiter, der... hier nichts verloren hat. Hier nichts verloren hat. Du wurdest nicht gescannt. Wir wissen nicht, wer du bist. Mache, dass du überkommst. Holy moly. Hi. Oh ja, die Erde. Wir sehen die Erde nochmal. Komplett in Flammen. Ein toter Planet. Irgendwo wird auch jemand überlebt haben. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die Erde von Meteoriten getroffen wird. Und das Klima komplett ändert. Vielleicht auch nicht das erste Mal, dass... mehrere Bewusstseins... Bewusstseine... Bewusstsein... ins All geschickt werden. Tschüss Arche. Guten Pflug. Hach, ist das schön. Wir haben es geschafft. Komm, irgendein Jumpscare noch oder so. Das zeigt, dass es doch kein Happy End ist. Das Achievement, das Ende. Sie sind nicht wir. Und das war's mit diesem Let's Play. Ich bin sehr erleichtert. Dieses Spiel hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Ende sehr viele Nerven gekostet. Und ich bin froh, wenn ich jetzt bei Steam auf Deinstallieren rücken kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Wenn ihr alles gesehen habt mit Sicherheit. Und wenn nicht, dann... Ja. Dann freue ich mich wenigstens, das Ganze hier für mich selber aufgenommen zu haben. Vielleicht darf ich das Ganze den ganzen Horror nochmal durchleben. oder meinen Kindern zeigen. Wenn sie denn irgendwann alt genug sind, sich solche Spiele anzugucken. Haut allein. Peace. 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 was Mats